Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest mit Freddy Chantal, unseren beiden Hundis und unseren neuen Freunden E-Golf und Margret. Hallo Margret. Doch, deine ist glaube ich eine Frau. Nein! Hallo Margret, hallo E-Golf. Ja und hier ist noch Professor Dr. Dr. Steinikus. Er hat den Pythagoras erfunden. Und ihm ist eine Fliege ins Auge geflogen, deshalb greift er so komisch. Ja und das sind einfach nur irgendwelche Leute, die wir nicht kennen. Und hier drin gibt es ein bisschen Quests, hoffe ich. Und noch mehr Steine. Ja, hier gibt es noch ganz viele Steineleute. Und da vorne sind irgendwelche Aufgaben. Wir gehen jetzt durch die schwere Holztür, die kriegen wir einfach so auf, weil wir sind einfach ziemlich männliche Frauen. Komm, rechts rum, rechts rum. Also pass auf, du kennst die Gegner schon. Wir müssen als erstes den Zauberer töten, weil der übertrieben stark ist. Greif dir einfach mal an, du bist ja die Idee. Habe ich einfach, okay. Gut, dass die keinen Skill auf mich hatten gerade. Okay, okay, das wird hier übertrieben heftig. Okay, raus aus der Giftwolke, Wolke. Das war meine Giftwolke. Okay. Okay, ich sterbe hier gerade. Sind wir fast gestorben. Äh, irgendwo, das dabei ist eine Heilerin. Ich glaube, die machst du gerade kalt. Ich hörte gerade die Hauptkönigin. Ja, die ist Heilerin. Ah, fuck, fast gestorben. Der Feuerschaden macht mich übrigens tot, ich bin tot. Feuerschaden. Ich bin gestorben, ich bin gestorben. Moment, sind das alle, sind das, sind das die ganzen, das sind alle? Ja. Oh, ich dachte, das hier sind nur so, äh, ich dachte, das ist nur eine mit so zwei Nebencharakteren. Nein. Ich hätte gerade Medusa. Ich bin gerade gestorben. Äh, ach du scheiße, ist der, oh nee, kannst du mal kurz ein Portal aufmachen? Ich bin gerade am Kämpfen. Du musst einfach nur L drücken. Stimmt, ich habe kein Portal offen. Ja. Das Zweite ist tot. Der Erste war gerade tot, aber nicht gestorben. Das sind übrigens Gorgonen. Ja, klar, er lootet erst mal. Nicht zu wechseln mit den Gorgonen aus Zelda. Noch mehr kann ich nicht tragen. Du hast keinen Platz mehr. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Ja, danke, dass du nicht hilfst. Ich habe keinen Platz mehr, du musst immer gleich alles mitnehmen. Ja, ich habe auch keinen Platz mehr, wenn ich bin tot. Okay, ich habe gerade versucht, dich zu heilen. Du hast gerade versucht, mich zu heilen, du hast gelootet und deshalb bin ich gestorben. Ciao. Ich dachte, wir machen hier Teamplay. Ja, ich habe gerade versucht, dich zu heilen. Wow, 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 es lag, es lag, es lag. Wow, fuck. Ich bin fast gestorben. Hast du schon? Ich habe gerade drauf gedrückt. Ja, ich habe gerade gemacht. Ich bin fast gestorben wegen... Warte, den Sperr möchte ich mir mal angucken. Einfach ein bisschen Müll wegwerfen. Was gibt es denn hier Schönes? Wir können jetzt einfach ganz kurz, ähm... Du solltest deinen Grabstein öffnen. Wir können auch einfach ganz kurz zum Händler... Nein. ...in Parnas. Ja, aber ich will erst mal gucken, was die hier so gedroppt haben. Ja, ja, nur Klamotten, die ziemlich gut sind, glaube ich. Ich habe gerade zweimal von Grabstein gedrückt, ist das normal? Nein. Dann will ich mal mein Portal hier auch mal auf. Ah. Aber ich gehe durch Kleins, weil das cooler ist. Ja. Okay, ein Bogen, ein Bogen. Wie ist das eigentlich mit den Händlerpreisen? Äh, sind die überall gleich oder haben die Händler unterschiedliche Preise? Ich habe keinen Plan. Okay, danke. Einen schlechten Speer. Intelligenz hast du auch nicht, ne? Nee. Außerdem sind das nur 20er, die sind die Daps schlecht, Alter. Oh, ich kann einen 40er-Helm tragen. Chillig. Nice. Ich habe einen 27er immer noch. Ähm, ich bin noch nicht levelt. Das ist Müll, das ist Müll. Äh, das ist Müll, das ist Müll. Ich habe zwei Schwerter, die beide maximal 22 Schaden machen, also sind die schlecht. 30. Nein, die Geronenrüstung sind richtig scheiße. Ja? Was haben die denn? 28 Rüstung hat die Rüstung und 37 Leben. Nein, äh. Was macht der Helm? 70. Der Helm hat 28 Rüstung. Das ist besser als meiner. 8% Wahrscheinlichkeit auf Durchschlagsschaden und die, ähm, Stolpen haben, äh, 28 Rüstung und meiner plus 9 Rüstung dazu noch. Das kann ich alles verkaufen. Größter Müll. Okay, brauchst du eine Kette mit Leben und Energie? Äh, ne, ich habe deine Perlen noch. Mit Geschicklichkeit? Achso, du hast meine... Ja, okay, dann kann ich die einfach alle verkaufen. Okay, die Perlen sind, äh, auch beide scheiße. Das Schild ist 100%ig scheiße. Die beiden auch. Und die Keule benutze ich nicht. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld. Äh, einen Stürmerf wolltest du behalten, oder? Oder hast du selbst einen? Wie jetzt? So, äh, so ein, äh, äh, Helm. Ich habe keinen guten Helm, also ich muss mir mal die Helme angucken. Ist da einer mit Stärke bei? Ich habe beide verkauft jetzt. Ich hatte aber, ich dachte, du hast noch einen. Nein, ich hatte keinen. War da einer mit Härtner mit Stärke bei? Weiß ich nicht. Okay, noch nicht schlecht. Dann machen wir gleich nochmal Fatal auf. Ach, du bist durch mein Zirkus, sorry. Ah, okay, okay. Mit 28, in der mit 25, äh, Gesundheitsregulation und, ähm, Durchschlagsschaden. Brauchst du davon was? Ähm, nein. Alter, übertreib halt noch mehr. Was? Hier ist übrigens eine königliche Truhe. Ja, dank, dass du alles wecknimmst. Nein, ich habe nur den blauen Schild genommen. Ach, du scheiße. Äh, einen Bogen brauchst du nicht, oder? Schaut gern meiner. Wie fährt einer? Ich habe einen übertrieben. Warte. 40. 23 bis 40. Man hat nur 35, aber es ist 24. Alter, ich habe jetzt nur noch Gold, ich habe jetzt nur noch blaue Waffen. Alles, was ich benutze, ist blau. Ja, bei mir ist es mindestens grün. Bei mir nicht, und ich muss noch Energie, äh, Gesundheitsregelung kaufen. Soll ich nochmal mit der Westfrau fahren? Nein. Ich fahre mal mit der Quest fort, ne? Nein, warte doch kurz auf mich. Ich bin doch schon da. Äh, da sind übrigens doch drei einfache Thronen. Ja, ich weiß. Die mag ich nicht auf. Warte, hör zu. Ach, wir hören dir gar nicht zu hier. Ja, schnauze halten. Ähm, da ist mein Grabstand übrigens noch. Äh, so, drei kleine. Äh, meine, meine, Schott, meine, Schott, meine, Schott, meine, Schott, meine. Wenn irgendwas blaues drin ist, kannst du es haben. Ich will echte Milchenspiegel haben. Äh, die habe ich aber schon. Sicher? Weil ich habe davon auch welche. Ich habe die jetzt... zum zweiten Mal schon. Was war das jetzt gerade? Äh, die Quest ist abgeschlossen. Okay. Hauptaufgabe aktualisiert. Schlacht um Athen. Haben wir es nicht noch mehr gewohnt? Ähm, ja, die nächsten Höhlen sind heute voll mit gewohnt. Ich sehe schon. Und ich meine... Sind die Gifts resistent? Ne. Ich weiß es nicht genau. Alter, das lag gerade ein bisschen bei mir. Das war gerade richtig wieder. Ja, ich habe gar kein Gift schon und deshalb. Ich habe übrigens noch vergessen zu skillen hier, dann war ich auch für Stärke und die Geschicklichkeiten. Ich habe hier die Gänze. Ich glaube dumm. Hier gibt es wieder die geilen Brunnen. Übrigens, diese Höhlen sind riesig. Und schreie in Erfahrung, chillig. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Was ist das für ein rotes Vieh? Ich bin nach oben gegangen. Äh, die machen Feuer, die machen Feuer, die machen Feuer. Pass auf, die machen übertrieben viel Schaden. Geht voll. Bin gerade fast an der gestorben. Zweimal. Ich weiß, ich übertreibe manchmal ein bisschen. Das wird den, äh, Dings finde ich aber ganz geil, dass die so, ähm, einfach weglaufen, wenn du zu nah an ihnen dran bist. Die was? Und kein Schwer ziehen. Die Bogenschützen, ja. Oder einfach weiter mit dem Bogen auf dich draufhalten, wie in gewissen anderen Spielen. Skyrim? Ja. Wenn Skyrim wechseln, die auch die Waffen. Ich weiß. Woher? Weil ich es habe. Nein, dass du nicht mehr? Ja. Das Lustige war, ich konnte es halbwegs flüssig sogar auf meinem Computer spielen. Ich meine, mit niedrigsten Anstellungen und so weiter. Ich kann es auf höchsten halbwegs komplett flüssig spielen. Ohne Frame-Einbrüche. Skyrim ist so ein Wörter-Spiel. Okay. Dann habe ich auch eine Vorzeit, dass ich playen irgendwann. Äh, sowas würde ich... Was würdest du? Äh, nichts. Da lag kein grüner Helm. Wirklich? Warte. Ach, du Scheiß, Alter. Der ist so viel besser als ein Meiner. Gib mir den. Aber ich kann den nicht benutzen. Was braucht man dafür? Also, ich kann den benutzen, aber ich habe dann keine Stärke mehr. Dann verliere ich meine Waffe und meine Beinschienen. Dann kannst du den mir geben. Nein, ich kann den nächste Stufe benutzen. Oder gibst den einfach mir. Alter, ich habe einen 27er-Helm. Du hast einen 40er. Ja, aber wie hat der jetzt? 36 oder so. Ne, 30 sogar nur. Was? Ich habe einen 40er. Ja, siehst du? Also, heul nicht. Kratzt den Sand aus, Herr Muschi. Kratzt du den Sand aus, Herr Muschi? Ja, meinen habe ich schon rausgefummelt. Hier ist ein blauer. Ein schlechterer. Da war eine schlechterer übrigens. Ich finde es so schön, wenn die, wenn die Geronen so vereist werden. Ja, das sieht ziemlich scheiße aus. Warte mal, an welches Pokémon erinnert mich das? Schicki. Ne, Rockma? Nein, Rockrock? Keine Ahnung. Rocko war der Trainer, du meinst Onix. Ja, genau, Onix. Du weißt nicht, wie das Pokémon heißt. Ziemlich legit. Ja, genau, das sieht genau aus wie Onix. Wächter Küras. Fuck, die ist eh schlechter als deine wahrscheinlich. 40 Rüstung. Alter, die ist übertrieben geil. Verteilungsqualität nehme ich erstmal schön. Steht mir auch, oder? Ist das, hast du einen Wächterhelm oder wie der heißt? Ja. Hier ist übrigens der Ausgang, lass nochmal nach oben gehen. Hier, guck, jetzt habe ich ihn an. Zeig mal. Ah, ich habe auch so einen Helm, aber meiner ist besser. Ja, meiner ist grün. Ich habe eine grüne Rüstung. Ihr ist ein grünes, die. Was bist du denn? Du machst du Stress haben. Logischerweise macht der Gift. Die kriegt stärkeres Gift in die Fresse. Ich bin todeschlecht equipped immer noch. Hast du eben eine 40er Rüstung ausgezogen? Die 36er habe ich ausgezogen. Mit was alles? Ähm, 55 Energie, 32 ist eine scheiß Regeneration. Okay, ich habe eine mit 10 Rüstung. Das ist doch deine eigentlich voll gut. Ja, ist ja auch. Nächster Brunnen. Weg nach Athen. Nur mein Helm war die ganze Zeit voll scheiße. So, warte mal. Erstmal verkaufen hier. Den bräuchte ich nicht. Den bräuchte ich nicht. Ich habe übrigens schon wieder... Also, bei Waffen muss ich gar nicht mehr gucken, weil du hast sowieso OP-Waffen, ne? Oh, ich habe einen falschen Helm aufgesetzt. Das ist übrigens der Helm. Äh, was für... Hast du so einen Bestienbegleiterring? Ja, zwei. Was für einen? Was hat das? Drei Stärke, 5 Elementarschaden und 8 Elementarschaden. Und einen mit 5 Lebenskraftschaden, 8 Lebenskraftschaden und 20 Angriffsagilität. Ne, das sind deine auf jeden Fall besser. Mööööööö. Habe ich eine 48er Rüstung eigentlich? Eine 48er? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mindestens eine 40er Rüstung jetzt habe. Äh, also die habe ich jetzt sogar eine. Aber ich habe auf jeden Fall noch irgendwas im Übergabebereich. 44 an, ne? Die behalte ich, glaube ich, obwohl. doch die sind ziemlich geil dringend Tränke ne brauche ich gar nicht hier ist ein Händler übrigens denn übrigens die alle haben die Scheißtränke bis auf der ja ist mir gerade auch aufgefallen wahrscheinlich weil